Ich will Minecraft free Ich will Minecraft free Rote! Sascha, bist du da? Ja! Ich bin auch da! Hallo Wanderbär! Warum regnet es hier und hier schneit es? Guck mal! Da hinten schneit es! Aber wie ist das möglich? Du bist so witzig, man! Sehe ich genauso aus wie du? Nein, warte mal! Du siehst anders aus! Wie sehe ich aus? Gibt es hier einen Spiegel oder sowas? Ja, du musst auf R5 drücken! Müsst ihr jetzt kurz aufnehmen, so 10-15 Minuten, dann gehts los! Siehst du mich? Aber ich kann mein Gesicht nicht sehen! Nochmal R5! Warte, ich nehm die mal an! Hallo? Hallo ein junger Mann! Schma! Warte, wer... Warum heißt du Herbert der Beste? Warte! Kannst du mich töten? Oh, warte! Hört ihr mich? Hey, du hörst mich zu schlagen, man! Jungs, Jungs, Jungs! Jungs, hörst du mich? Ja, ich hör dich, aber schlecht als Fabio! Schlecht, warte! Jetzt? Ja, ja, ja! Haha! Nein, gut oder nicht? Ja, ich hör dich! Okay, warte, ich minimiere Skype! Schreib! Ich hab hier jetzt ein neues Programm, ich muss erst mal checken, wie das geht! Mann, es rauscht so heftig! Wie machst du das? Was? Hahaha! Fabio, wir müssen Leuten erklären, dass ich ein Grünschnabel bin, also ich bin noch unerfahren! Eine Jungfrau, was Minecraft angeht! Ich geborene Jungfrau! Ja, ich hab keinen Plan, was das angeht, ich hab das nur als Herbert zweimal angefasst! Ja, du bist schlecht! Woher kommt die schwule Musik? Ich hab keine Musik! Bei mir kommt voll die schwule Musik, Jungs! Wie, wie hört sich schwule Musik an? Everytime they have to you! Nein! Vielleicht hörst du Minecraft Radio! Hä? Da darf singendes da sein! Was ist das? Fabio, warum bist du Herbert der Beste? Ich weiß nicht, weil Dima dumm ist! Mann, Jungs! Die Musik ist nicht gesund! Ach, das war in meinem iTunes! Ja! Ich bin auch dumm! Okay, Benni, ich bin am Start! Bin voll am Start jetzt! Oh Mann, das ist so geil! Okay, alles klar! Sollen wir jetzt anfangen? Ja, ich dachte wir haben schon! Fabio, du sagst doch an, oder? Soll ich ansagen? Ja! Okay, ich nehm auf! Ab sofort geht's los! Hallo meine lieben Damen und Herren! Ihr seht grad nochmal zwei liebe kleine Freunde vor mir! Und zwar ist der eine hier, unser kleiner, aber süßer Sascha, unser kleiner Neuwick! Ja! Er spielt erst das zweite Mal in seinem Leben Minecraft und irgendwo anders ist noch der Dima Ich hab mich versteckt! Ich hab mich versteckt! Die kleine Ratte! Der Dima ist weg! Auf jeden Fall haben wir jetzt einen kleinen Plan! Und zwar wollen wir uns... Guck mal! Überraschungseffekt! Überraschung! Jetzt müssen wir einen Turmbaum, damit wir uns orientieren können! Falls wir uns verlaufen, dass wir uns wiederfinden können! Nein, der Regen gott mich an! Geh mal raus hier! Überraschungseffekt! Es ist Schnee! Wonder Bears! Es ist überall Regen, Mann! Aber hier, guck mal, hier ist es leise! Hier ist es leise! Wir brauchen einen Turm! Das Rauschen ist weg, Leute! Yeah! Ab hier geht's ab! Auf jeden Fall würde ich sagen, wir laufen ein bisschen in die große weite Welt rein und suchen uns eine richtig geile Location! Jungs, wartet! Wir sagen ein bisschen Erde für den Turm! Mach immer auf... Okay, okay, warte! Ich bin am Start, ich bin am Start, komm! Keiner will einen Turm bauen, jetzt komm! Ich will einen Turm! Ich will einen Turm! Scheiß auf deinen Turm! Aber wenn wir das gefunden haben, was geil aussieht, dann müssen wir gleich einen Turm bauen! Ey, kann man! Man kann keine Blume kaputt machen! Also in dieser Welt passieren komische Sachen, das sind mir auch vorhin schon aufgefallen! Guck mal, ich habe eine Kuh im Deck! Ich habe eine Kuh im Deck! Musst uns folgen, Mann! Muss ich der Kuh folgen? Wir folgen, Fabi, komm! Haha, der Anführer! Siehst du, siehst du? Schau, er ist ein G! Ein G! Wie geht's wieder? GGG-Unit! Ey, es ist aufgehört zu schneiden bei mir! Das ist voll scheiße, ich mag das nicht! Ich finde es hier eigentlich ganz schön, Jungs! Ey, ist es bei euch auch Schatten? Ja, bei mir schon, bei Sascha nicht, glaube ich! Oh, waldverfickte Gezeiten! Ey, ich bin der König hier! Auf jeden Fall seid ihr denn! Eine coole Location auf jeden Fall suchen! Sascha sieht am coolsten aus, glaube ich! Echt? Ich glaube ich sehe so aus wie du! Also nur bei mir sieht's cool aus, weil ich Schatten habe! Warum steht bei ihnen ein G, 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 G... Es gibt Gumbler play! Ganz schlecht Gumbler play, oder was? Hahahaha! Hast du schon mal gesehen auf YouTube? Hast du abonniert? Hat das achtmal geschrieben! Es hat eine Werbung geschrieben! Ha! Ha! Okay, okay, okay! Oh, was ist das für eine Musik? Ey, bei mir ist Musik überlaut! Ich muss kurz meine Musik ein bisschen leiser machen! Ich höre die auch! Bei mir ist gar keine Musik! Ich hört auf die Option eure Musik leiser machen, wenn sie euch zu laut ist! Bei mir kommt gar keine Musik! Ja, das ist halt schlechte Aura bei dir. Nein, bei mir. Ich habe es ausgemacht, glaube ich. Oder es läuft Soundtrack meines Lebens. Was für eine Scheiße habe ich in der Hand? Wo bist du denn? Wo seid ihr denn? Du verlierst dich nicht, Mann. Hier, guck, wir sind da. Wo sind die Jungs? Ah, da. Komm her. Da vorne sieht es richtig gut aus. Du siehst so bescheuert aus, Mann. Fabi, guck mal her. Boah, das sieht so scheiße aus. Ey! Dima, 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 schau mir in die Augen. Warte, bleib stehen. Schau mir in die Augen. Nein, unter dich immer. Warte, wir müssen freuen. Warte, wir müssen freuen. Boah, auf jeden Fall sehe ich da vorne was Geiles. Boah, aber es ruckelt. Okay, jetzt nicht mehr. Die Musik entspannt einen. Übel, gell? Also ich finde es auch ganz, ganz entspannt. Ja, lass uns kuscheln jetzt. Wisst ihr was dumm ist, Leute? Wenn jemand in Skype online kommt, wird das angezeigt und bei mir im Bildschirm. Was? Wenn einer von meinen Freunden in Skype kommt. Du hast Freunde? Ja, ja, zwei. Wenn einer von zwei kommt, warte, es wird angezeigt in meinem Bildschirm, aber ist gut. Dann sehen sie wenigstens, dass ich Freunde habe. Dann sehen sie, dass ich Freunde habe, ist cool. Und welche Freunde? Hey komm, lass uns die ficken, Mann. Was, Freunde, meine Freunde? Nein, ich höre die Schafe. Warte. Warte. Fabi, wem, lauf nicht so schnell. Warte, ich will ihn töten, Mann. Ja, töte ihn, ich will hier bisschen was abkrabben. Hey, komm, wir müssen erst die Location suchen. Aber die Schafe müssen sterben. Folge dem Imperator. Wo seid ihr denn? Abgefuckter Schaf, stirb endlich. Das ist nicht dein Ernst, oder? Nein, wir können woanders hingehen. Wir müssen noch ein bisschen abchecken auf jeden Fall. Scheiße aus. Das muss auf jeden Fall ein Ballen-Dick sein. Wie läufst du so schnell? Oder laufen wir gleich? Zweimal, zweimal weh. Zweimal weh. Einmal antippen und einmal drauf bleiben, dann löschst du. Siehst du? Ja, es klappt. Ich laufe. Ich habe einen Kaktus entdeckt. Ich glaube, ich bin der erste Spieler, der einen Kaktus entdeckt hat. Lauf nicht drauf, weil sonst... Ich hab Zuckerrohr am Start. Ihr seid schlecht. Ich hab Zuckerrohr. Ich hab gar nichts. Was ist denn Zuckerrohr? Damit kann man Zuckerrohr... Jungs, also was machen wir? Wo bleiben wir? Sollen wir weiterlaufen? Ey, guck mal deine Krake! Ja, hast du noch nie gesehen? Ich sag dazu Octopussy. Wir müssen meinem Flow folgen. Okay, ey Octopussy! 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 Was geht? Ich will sie auch... Schlachten, schlachten, sterb! Warum schlachten? Warum schlachten? Zusammen sind wir stark, aber... Ich bleib hier oben. Ich hab eingesammelt. Tintin. Ey Jungs, wir brauchen auf jeden Fall eine Location. Guck mal da hinten, wo ich gerade hinlaufe, ist so eine Art Brücke oder so. Wir brauchen, dass es dunkel wird. Wir müssen wenigstens Schwerter haben oder so. Ja, komm mal her! Das vorne sieht richtig geil aus! Fabi, gib mir ein Schwert! Fabi, gib mir ein Schwert! Fabi, gib mir ein Schwert! Ich hab noch keins, Mann! Ich will aber ein Schwert! Genau, vorne sind Steine! Lauf mal Steine holen! Wir brauchen doch erstmal Holz, Mann! Ohne Holz geht gar nichts! Chef! Ich weiß es doch, Mann! Aber Holz ist auch gleich da! Ey! Bei mir ist auf jeden Fall ein Fail! Ich dachte, das wäre eine Brücke, aber das ist keine Brücke! Oh oh! Jungs, jump mal kurz zu den Bäumen rüber und fällt mal jemandem ein bisschen Holz! Okay, ich sammle Holz und du nimmst ein bisschen Steine! Wie denn ohne Holz? Ey! Das sind Wölfe und Hunde! Habt ihr gesehen? Boah, geil! Guck mal! Ich hab sie noch nie gesehen! Ey! Die greifen sich an, wenn du siehst! Ach du Scheiße! Schlag sie nicht! Du bist stumm! Ich kann nicht laufen! Du bist stumm! Ey! Wer ist da unten? Sascha stirbt! Er stirbt! Lauf weg, Mann! Er ist Pawan! Ey! Sascha ist tot! Kann er wieder reingehen? Geh rein! Ihr müsst... Ihr müsst meinen Tod rechnen! Ich bin doch tot! Du bist auch tot, nein, oder? Ja! Sascha! Ey! Ich bin auch tot! Ich lebe noch! Könnt ihr noch mal reingehen? Also Fabio, wo wir zu zweit hier sind, ich wollte dir was über meine Beschneidung erzählen! Aber könnt ihr noch mal reingehen? Ich fühl mich ganz alleine und ich hab Angst! Hey, wir müssen wieder! Sascha, komm mit! Ich weiß, wo der ist! Ich hab gute Dinge! Orientierung! Seid ihr wieder von vorne, oder was? Ja klar, Mann! Ach Scheiße! Wir brauchen schnell ein Bett! Dazu brauchen wir ein Schäfchen, ne? Ja, mehrere Schäfchen! Aber guck mal! Ey! 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 Wo bist du? Ja, du bist dumm! Du musst da bleiben, wo du rauskommst! Ja, wo? Komm! Da oben, wenn du nach oben... Ist er euch? Oder ist das ein... Nein, das seid ihr nicht. Das ist ein Zombie, glaub ich. Fabio, ganz ehrlich, wann hattest du das letzte Mal Sex? Ganz ruhig, das sag ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Ähm... Fabio, ich bin unter diesem... Turm! Ja? Und werde angegriffen von Skelettern und so. So ein Holzturm! Ey! Lass uns doch kurz friedlich machen, Mann! Das geht doch! So bescheuert! Das geht nicht! Wir sind mal friedlich, Digga! Wieso? Oder wie heißt das? Peaceful? Dass die Monster gar nicht kommt! Peaceful heißt friedlich auf Deutsch! Oh, Mann! Ich will nichts verstehen, dieses Zombie, dieses... Ey! Ich hab dich, ich hab dich! Er greift mich an! Warte, ich helf dir! Sascha, komm! Wird sterben, Alter! Komm, lass uns... Ey, f*** ihn, Jungs! F*** ihn! Wir f*** uns gegenseitig, kann das sein? Ey, nicht mich die ganze Zeit! Okay, er ist tot, er ist tot, Jungs! Ja, wir waren gut, wir waren echt gut! Boah, Jungs! Lass uns wenigstens hier schnell ein Bett bauen oder so! Du mit deinem sch***en Bett, Mann! Du wirst hier dein Bett bauen? Du wirst hier dein Bett bauen? Scheiß Inventar, du... Ich hab mich geschlagen! Ich hab ein Knochen, Jungs! Haha! Ja, du darfst mich doch damit nicht schlagen, Alter, Mann! Wir sind doch verwandt! Das war ich! Das war ich nicht! Ey, komm, schwimmer mal kurz da rüber! Echt? Guck mal, ein Loch! Guck mal! Ich kann tauchen! Boah, guck mal! Hier ist voll dunkel! Komm! Ey, du bist krank, Alter! Du läufst über Wasser! Du bist Jesus, Mann! Oder Chuck Norris! Chuck Norris ist sein Vater, Mann! Sag, was Vater sieht aus wie Chuck Norris, halt auch so im Bad! Was ist das überhaupt? Ist das denn in der Hand? Ich dachte zuerst, das wäre mein Pimmel leer! Was ist dein Knochen? Du mit deinem Pimmel! Siehst du ein Knochen? Nein, was ich in der Hand habe! Was? Du hast nichts in der Hand! Du hast nur deine eigene Hand in der Hand! Das sind wahrscheinlich nur Blumenbraten! In der Hand! Komisch! So, ich habe mal kurz die Ansicht geändert! Ich würde sagen, geh mal an Land! Auf jeden Fall brauchen wir Holz, Jungs! Und wir dürfen nicht sterben! Okay? Ich wollte kurz Holz und du magst Sand oder was? Was brauchen wir noch? Was weiß ich, Mann! Auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen Holz! Holz? Das geht gar nichts! Da ist wieder ein Scheiß-Wolf! Nein, das ist kein Scheiß-Wolf! Das ist ein behindertes... Keine Ahnung was! Guck mal! Holz können wir alle sammeln! Wir brauchen alle Holz! Wir brauchen auf jeden Fall Holz! Ey, Jungs! Mich ficken! Ey, wer wieder gefickt von der Spinne! Ey, die Spinnen kann man töten, Mann! Okay, okay! Ey, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was! Ey, da kommt ein Creeper von hinten! Boah, du Scheiße! Lauf weg, lauf weg vom Creeper! Lauf weg, Mann! Ah, nein, okay! Jetzt weiß ich, wer Creeper ist! Wer Creeper ist? Was Creeper ist? Hey, hat jemand Holz von euch, Mann? Nein, ich bin dabei! Ey, der leuchtet übers Wasser! Ja, er kann alles! Oh, Mann! Er fickt mich gleich! Ich muss weg! Ach, du Scheiße! Das sieht ja komisch aus! Okay, ich lass ihn explodieren! Was ist das denn das Leben sein? Okay, er ist tot, Jungs! Er ist tot! Und der da? Und jetzt haben wir Holz, oder? Haben wir? Ich hab zwei Holz! Boah! Ich hab zwei Holz! Ey! Lass ihn explodieren! Ich hab schon! Da ist doch noch einer, Mann! Welche? Welche? Wo? Bist du bescheuert? Boah! Ja, Mann! Boah! Ich hab nur noch zwei Herzen! Der hat ja ein ganzes Loch hinterlassen! Ich hab Sand! Ja, was soll ich mit Sand? Ich hab zwei Herzen, Mann! Wir können einen Strand machen! Ey! Zum Teufel! Versteht ihr nicht! Wir brauchen Holz! Ich hab zwei Stück nur! Holz! Ich hab eins! Es ist voll schwer, weil du von allen Seiten angegriffen bist! Ja, wir müssen mal kurz einen abbauen lassen und den anderen muss Deckung geben! Ganz einfach! Okay, ich geb Deckung! Okay, ich hab zwei, ich hab viel! Einfach, dass da keiner kommt! Ich pass auf! Der gibt mir Deckung! Ey! Da sind noch zwei Zombies, Alter! Die kommen auf uns zu! Jungs! Ich hab hier Holz! Scheiße, Alter! Fick dir die Welt! Ey! Hier ist so viel los, Mann! Jungs! Wir müssen weg hier! Oh! Das sind meine Freunde! Guck mal! Ey! Sei leise! Was sagst du da, Mann? Aber das sieht man! Das ist voll peinlich! Oh! Oh! Die greifen uns voll an! Ich bin fast tot, Jungs! Jungs, ihr müsst weg! Halbes Herz! Halbes Herz! Ich bin tot! Wie bekomm ich ein Herz? Du musst abhauen! Hey, hau ab! Wenn der auf dich schießt, bist du tot! Ja, ich bin schon tot, glaube ich! Hau ab! Ableb ich! Aber die sind überall! Ey, wir müssen abhauen! Wohin? Am besten ins Wasser, da ist kein Monster! Okay! Und was machen wir da? Es wird ja gleich wieder Tag! Ansonsten können wir uns eine kleine, notbedürftige Höhle bauen! Wisst ihr, was ich meine? Ja! Komm! Machen wir! Nee, hier können wir chillen! Hier tun wir so nix! Haben wir! Gibt's hier ein Snipergewehr? Ich würde dir gerne abhauen! Halbes, wo bist du? Ich bin auf der anderen Seite! Ich hab nur ein halbes Herz! Ah, hier bist du! Warte, ich mach mir gleich mal ein paar Sticks und ein paar Holzkisten! Ich mach mir auch! Ich hab auf jeden Fall, ähm, eine Werkbank am Start! Und Holz hab ich auch am Start! Ich hab ganz viele Holzsticks, die können wir teilen dann! Ja, dann warte mal! Ich komm kurz mit meiner Werkbank rüber und dann schmeiß mal! Warte, 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 warte! Mach nicht kaputt! Mach nicht kaputt! Was machst du, Maun? Mach S! S wie Sascha! Hey, Dima, komm mal kurz her! Wir machen jetzt kurz die Werkbank auf den Boden! Yeah! Und schmeißen da unsere Sticks rein, damit wir wenigstens... Yeah! Ich mach mal kurz ein bisschen Material für uns! Ich mach jetzt ein paar... Ach du Scheiße! Was machst du? Ich hab keine... Ich brauch mehr Holz! Hast du Holz? Ich hab nur Sticks! Ich hab auch nur Sticks! Was solltest du machen? Ja, eine Spitzhacke und eine Schaufel! Ja, aber wir brauchen noch... Wir brauchen Holzkisten für... Holz in der Spitzhacke, damit wir, ähm, eine Steinhacke machen können! Beziehungsweise eine Steinabbauung! Ah ja, stimmt, das geht auch gar nicht anders! Ah ja, du machst mich ganz nervös! Hä? Die kommen ja zurück, diese Eisteile! Ja, ja, es ist kalt, weiss! Das ist kalt und dann friert's ein! So, wir sind aber warm angezogen! Nein, nicht warm! Das Gegenteil! Wir kennen beide gleichzeitig die Werkbank benutzen! Boah, wie geil! Ja? Und da ist nichts drin! Äh! Machst du das? Warum machst du das? Ich hab drei Schaufeln genommen und drei, ähm... Spitzhacken! Krieg ich auch was? Ja, warte, ich geb dir kurz! Was hast du? Sascha? Ja, ich hab... Mach dir was du willst! Wo bist du, Sascha? Ich bin hier! Er ist grün! Sind wir beide grün, oder was? Ja, wenn ihr wollt, kann ich euch beide was geben, man! Ihr Deppen hier! Ja, gebt mir auch was! Boah, ich nehm das! Ja, nehm nicht beides, man! Ja, warte, warte! Du bekommst... Boah! Boah! Das ist feinhaft, man! Hast du ein bisschen Material? Sonnenaufgang, schön! Schaut, wie schön das ist! Ey, lauf nicht weg! Die sind gefährlich, man! Boah, das ist echt schön! Deine Mutter ist gefährlich, Alter! Boah! Ah, letztes Mal wollte sie Fiber eine klatschen! Ja! Sie hat das Video gesehen, weil wir Cheeseburger gegessen haben und weil ich es verloren habe! Da hat sie mir noch auf den Arsch geklatscht! Die so, boah! Er schlägt meinen Sohn! Was ist los? Ich gehe das gleich klar! Ja, sie hat es nicht gleich so verstanden! Ja, ja! Gewalt und so! Ich verstehe keinen Humor! Ja, aber das Kranke ist, dass Dima noch dabei lacht, weißt du? Er kriegt auf Popo, aufs Popo! Auf Popo! Auf die Popo gekriegt! Ja! Du hast auch Popo gekriegt von Fabi! Ja, ja! Und du hast dabei gelacht, obwohl es weh getan hat! Das Witzige ist, meine Mama wollte Fabi Stress machen! Ich hab's ihm vorgestellt, wie sie runter geht mit einer Leiter, weil sie so klein ist! Und dann so, auf die Leiter! Damit sie mit Fabi auf der gleiche Schild ist! Hey, was ist das? Was ist das in der Luft da? Für eine Stange! Hey, Junge! Das ist unser Orientierungsmerkmal! Ja, was? Ich hab das gebaut! Hier, warte mal kurz! Was ist das gebaut? Weiß! Warte, für euch! Damit ihr euch wehren können nachher! Zack! Boah! Das ist ein Schwert! Guck mal! Ja, du musst... Gib ihm auch eins! Warte! Sascha! Hier! Sascha! Ich hab noch zwei! Sascha! Ich bin hier! Ja! Hast du eins? Okay, er braucht keins, oder? Doch, ich hab jetzt ein Schwert! Ich hab jetzt ein Schwert! Ich brauch Lebens und sterbe ich gleich! Ich auch! Okay, deswegen müssten wir etwas zum Essen sammeln! Geh doch in den Schaf! Aua! Lass uns kurz... kurz in den Wald gehen! Was ist das? Hey, ich glaube, ich sterbe gleich! Lauf weg, man! Scheiße, man! Ich bin respawned! Wir sind aber nicht weit von diesem Turm da! Fuck, ich dachte, ich kann den kurz drum bringen, scheiße! Ich versuche kurz in den Wald zu gehen! Sasch, folge mir! Mama, ich folge dir! Hey, warte doch kurz! Ich bin auf der anderen Seite, man! Ich seh euch doch schon! Okay, komm! Ah, da ist er! Da ist er! Da läuft er! Ah, ist das putzig! Das ist so putzig! Ja, warte doch kurz, man! Wir warten doch! Ah, scheiß auf dich! Mein ganzes Zeugs hab ich verloren! Ich hab nichts mehr! Tada! Ich will nur kurz was töten, man! Bin bald! Hey, ihr habt dir meine Sachen aufgehoben, oder was? Deine Beine sind kürzer geworden! Hey, unsere Inventarbox müssen... Ah, Inventarbox sag ich! Die Box müssen wir auch mitnehmen, natürlich! Ja, aber wir brauchen Fleisch! Du kannst doch, ähm... Was kann man auch essen? Apfel! Apfel? Wo kann man das finden? In nem Apfelbaum! Im Bäumekleitschneifer, oder was? Das dauert doch Jahre! Ja, aber keine Ahnung, das wäre so ne Notlösung! Oder wir bringen einfach ein bisschen Tiere um! Du kannst... Du kannst sogar das Fleisch roh essen! Ich weiß, aber hier sind gar keine Tiere! Ja, dann müssen wir ein bisschen... Also, wir müssen jetzt sowieso suchen, dass wir mal ne fette Location haben, um unsere... Mauer, unsere Festung zu bauen, man! Der Tag ist aber nicht lang, lass uns laufen! Ey! Ja, wo bist du denn? Ich bin hinter dir! Ich brauch was zum Essen, man! Wo bist du eigentlich? Ich bin hier, ich seh euch! Ja, komm! Dann komm doch mal her! Okay, 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 okay! Alles klar, alles klar! Die Feuer am Start! Ja, da bin ich! Ja, lauf mal da rüber, komm! Wohin? Lauf mal schnell, komm! Lauf mal schnell! Lauf mal schnell! Ja, warum möchtest du nicht schnell? Ja, Mann, 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 Mann! Einfach zweimal auf Ding! Ja, ich... Ah! Ich brauch was zum Essen, Junge! Es geht gar nicht, ne? Ja, ihr braucht was zum Essen! Wunderschön! Ja, deswegen! Irgendwas cooles finden! Kaktus kann man essen! Tasche, lauf! Ich lauf nicht gegen Kaktus, du stirbst! Ich brauch was zum Essen! Kaktus kann man nichts! Kann man nicht essen! Kann man nicht essen! Was ist das? Was? Das roten Gebüsch, oder? Was ist das? Was laberst du denn, du? Was ist das hier? Was laberst du denn? Dieser Busch da? Was ist das? Krass! Oh, krass! Das ist gut! Ja, aber das kannst du nicht rauchen und nicht essen! Schade! Jetzt kann ich aber laufen, guck mal! Du hast das schon nur gegessen? Nix! Halbes Herz und ich kann laufen! Boah, ich hab Kohle! Ja, was willst du mit Kohle? Das kannst du auch nicht essen, Mann! Kohle kannst du aber abbauen und daraus Fackeln machen! Dann kann man sich eine kleine provisorische Hütte bauen, wenn es wieder dunkel wird! Okay, das ist eine gute Idee! Provisorische Hütte! Ah, was? Provisorische Hütte! Weiß ich was? Provisorisch! Provisorisch bedeutet vorübergehend! Ja! Hab ich heute bald unten gelesen! Ich hab ein halbes Herz, Junge! Ich doch auch, Mann! Wir müssen essen! Geh doch mal nach oben und schau, ob da was zum Essen ist! So tiermäßig! Ich bin oben! Ah, Tiere musste ich essen! Genau! Ähm, es ist leider... Jungs, ich muss euch enttäuschen! Sieht schlecht aus! Was? Hier ist nix! Hier ist gar nichts! Alter, du weißt ganz genau, wie aggro ich werde, wenn ich nichts zum Essen hab! Die, ich hab eine Idee! Lass uns einfach zusammen einen Selbstmord jetzt machen! Und danach werden wir voll... Nein, nein, nein! Keine! Nein! Ich hab Eisen, aber ich hab keine Steindinger! Wir schaffen das schon! Das macht es ja spannend! Guck mal! Wir müssen überleben! Alles klar! Überleben! Du bist am Start! Ja, warte kurz! Ich hab Eisen! Ich hol kurz Eisen! Ich hol kurz Eisen! Ganz kurz Eisen! Wow! Ich finde nicht schon wieder, dass es dunkel wird! Ja, aber dann müssen wir was anderes machen! Auf jeden Fall brauche ich kurz Eisen! Wenn ich Eisen hab, kann ich's abchecken und ähm... Wir können auf jeden Fall in Ruhe weiter basteln! Was ist das für ein Streifen? Ich hab so einen komischen Streifen von dir! Okay! Ich bin nicht da! Warte ganz kurz! Ganz kurz! Ich bin gleich fertig, Mann! Schlag mich nicht! Ich mach mich! Ich suche nur was zu essen und hier ist nix! Ich hör meine eigene Stimme gar nicht! Ach was, echt! Ja? Ist das normal? Das ist normal! Du musst dich nicht hören! Okay! Du hörst dich ja im Kopf, weißt du? Okay! Hoffentlich! Rahim ist online! Mann, das ist scharke mit Session! Nicht online! Sag mal ehrlich! Ich mein, mit Skype! Das ist voll scheiße, dass hier immer und das alles kommt! So jetzt sehen wir wirklich wie Kanisterköpfe aus! Na, das sieht wie original aus! Und so sehen wir auch im echten Leben uns eigentlich! So richtig russisch! Sind deine Augen auch Lieder? Ja! Schubs mich aber nicht runter, Mann! Ich sterbe! Hey! 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 Wo seid ihr eigentlich die ganze Zeit? Wir sind ein Stück nach vorne! Wir suchen Tiere! Wir laufen zurück! Wir sehen uns gleich! Nein! Wir sehen uns! Lass uns Tiere suchen! Nein! Wir finden uns dann nicht mehr! Geh einfach mal irgendwo anders hin! Guck mal wie krass das Sau sieht vorne! Siehst du das? Wo, 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 wo? Vorne! Wo vorne! Dieses kaputte Zeugs! Das sieht geil aus! Aua! Wie siehst du das? Ja, guck mal! Da oben auch! Ja! Das sieht krass aus! Da müssen wir was bauen! Wo? Hier! Nein! Das wird diese Aussicht haben! Das wird unsere Kirche sein! Hier werden wir beten! Aber guck mal wie krass das ist! Das ist auch geil! Wir erschaffen unsere eigene Religion! Recht! Siehst du? Ja! Das ist gerade ein Monster da oben! Ist das nur bei mir kaputt oder? Wo? Vorne! Wenn ich jetzt nach vorne laufe, sehe ich von mir so kaputte Steine! Was laberst du, Alter? Was laberst du, Alter? Was laberst du? Na ja, dann sieht's bei mir anders aus wahrscheinlich! Ich hab grad die Kehle aus! Ey, Jungs! Nimm mal hier ein bisschen Lehm mit! Wenn wir hier grad so viel Lehm haben! Was? Hier ist Lehm! Was kann man damit machen? Da ist eine Ente! Die gehört mir! Die fress ich gleich! Was kann man damit machen, Mann? Dem Ziegel! So Ziegelsteine, weisch? Ente! 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 Hey! Kann man daraus ein Schwert machen, ein gutes? Nein! Da kann man schöne Steine bauen! Ah! Wie kann ich, wie kann ich essen? Ja dann lauf weiter! Wir brauchen... Ja Ente! Ente! Wie kann ich sie essen? Töte sie! Warum ist dein Wasser so laut? Hey! Wir müssen was abchecken! Was essen technisch rein! Wie kann ich essen? Ich hab zwei Hühnchen! Mit rechts klick du auf. Hey, da, da, da gibt's Essen, Jungs. Oh, bei mir sind voll die Grafikfehler, Mann. Ich hab Eier. Voll die Grafikfehler, voll die Grafikfehler sind gerade. Nee, ich stell gar nicht auf. Ja, das ist normal. Wie isst man hier? Kann man auch eine Kuh essen? Ja, klar, das ist viel besser. Ich geh rein. Jungs, wir haben ausgesorgt. Wir, wir können nicht verwenden. Unser Leben ist gerettet. Ja, aber, ähm, wir müssen auf jeden Fall langsam, aber sicher irgendwas, ähm, anfangen, das nicht. Anfang zu bauen. Ich hab zwei Hühnchen, wie kann ich das essen? Ich will euch sagen, euch Zuschauer könnt ihr mal ein paar Tipps geben. Wir wollen natürlich, ähm, Ideen sammeln, was man gibt. Essen, er hat mein Essen geklaut gerade. Ich hab mein Essen, ich hab Essen, aber ich kann es nicht nehmen. Ja, Jungs, Mehlis, ihr könnt uns Tipps geben. Nein, gib mir Tipps, Mädels, bitte. Und Jungs auch. Der schleimt schon wieder. Ja, ich kann nicht mal das Essenchen, ich will das Essenchen essen. Ey, esst du das roh oder was? Ja. Ihr seid ja krank. Es ist mir scheißegal. Oh, du bist so weich. Hey, Jungs, ich hab ne geile Location, schau mal. Hier. Hey, mich kotzt das Spiel an, langsam. Ich kann nicht essen. Mit Rechtsklick musst du das auswählen und mit Rechtsklick essen. Hier ist alles da. Komm mal kurz her. Okay, komm, warte, ich komm zu dir. Ich find's geil hier. Wir sind oben. Siehst du uns? Hier kann man schön was bauen. Hier auf der linken Seite, einfach gerade ausschauen. Ah, da seid ihr. Wunderbears. Guck mal, wenn du auf E gehst, siehst du dein Inventar. Auf E? Auf E. Yeah. Yeah, yeah. E. Ja. Und dann siehst du dein Inventar und da muss irgendwo Fleisch sein. Das musst du in die untere Leiste tun. Ach so. Ja, mein Gott, wieso sagt das mir jemand? Oh Mann, das ist doch einfach. Ja, aber checkst du das jetzt? Ja, jetzt check ich das. Ja, jetzt musst du das mit Scrollen, mit deinem Scrollding auf der Maus auswählen. Ja, hab ich. Und dann mit Rechtsklick draufbleiben, dann wüsst du das. Redest du immer mit mir, mit Rücken? Wieso redest du? Schau mich an, ich bin hinter dir. Rechtsklick, Rechtsklick halten. Hey, ihr kleinen Fotzköpfe, wo seid ihr denn? Ja, endlich Mann, wie soll ich darauf kommen? Weil, wir müssen nach unten gegangen oder wo? Ich bin oben, ganz oben, hier, nach rechts. Ach so. Hier, hallo. Wollen wir hier was bauen, oder was? Ich weiß nicht, ich find's gar nicht schlecht. Guck mal, wenn du hier stehst und runterschaust, du hast hier Wald. Da hinten haben wir Sand irgendwo gehabt. Alles.